Na, schaut auf ein Nachbar, die händen mittelt auf der Strasse. Na, die händen sind die blödesten Viecher überhaupt, gell. Die, die sind noch blöder wie mein Nachbar selber. Gehen wir mal schauen, was er tut. Schau, wie er herkommt. Komm rein! Ha! Hau mich selber wischt. A bissl pflatscht is ja gmocht, aber heut gleich brauche ich's ja nimmer rausnehmen. Mama, heut gibt's Gickerle! Ja! 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 Ja!